Keine Ahnung warum, aber irgendwie ist mir kalt. Ich glaube, ich soll's neigehen. Sehr gut. Hi, Nicole. Hi, Michael. Und was hast du jetzt draußen so Wichtiges gemacht? Äh, ich hab den Sommer genossen. Es ist Winter. Dann halt den Winter. Komm, ich schaff das doch bestimmt irgendwie. Ich muss hier einmal bauen. Dann hier. So, mein Lieber. Ich lese dir jetzt eine, ähm, Geschichte vor. Okay, gegen meine Schwester gewinne ich bestimmt. Mist, ich muss ja noch Hausaufgabe machen. Oh, Mist. Das hab ich jetzt voll vergessen. Mathe muss ich noch machen. So. Oh, Mann. Yay, sehr aufgegeben. Dann hab ich jetzt das Spiel gewonnen. Juhu. Oh, du hast Hausaufgabe vergessen. Mhm. Oh, was hab ich sie gemacht? Oh, ja, ich hab sie gemacht. Zum Glück. Mama? Was ist los? Mir ist langweilig. Ja, mir auch. Äh, äh. Ja, ähm. Können wir wohin fahren? Ja, hier such dir was aus. Danke. Pass aber auf. Ja. Hm. Hello Kitty House? Mama, können wir ins Hello Kitty House? Oh. Ja, wenn du willst. Yay. Halt mein Handy. Wir gehen ins Hello Kitty House. Ach, nö. Da bin ich noch für jung. Und ich hasse Hello Kitty. Vielleicht gibt's ja ein Jungzimmer. Hm. Schwester, Herz, wir gehen, ähm, ins Hello Kitty House. Wow, ich bin jetzt auf der Tausendrall fertig. Cool, dann los. Äh, hallo, das ist nicht mein Handy. Oh, Mist. Mist. Oh, Mann. Los geht's. So, wir sind da. Wow, da gibt's ja doch was für mich. Mhm. Die Musik ist gut, gell? Ja, schön, dass wir tanzen können. Wow. Ich hab da das Bett davon. Genau, die Kissen hab ich auch. Wow, ich will diesen großen Teddy in meinem Zimmer. Wow. Wir gehen erstmal in die Richtung. Wow. Cool. Ach, cool. Können wir das auch? Ja, jeder darf eins. Und... Hui. cool oh man, es geht nicht mehr und dann wirklich wieder zu dir kennen wir noch das kurz? ja cool oh Feuer, Papa, Hilfe cool wow, kann ich das auch? nein, es ist noch zu gefährlich cool so au, meine Augen oh Michael, du bist nichts mehr gewohnt ich bin schon was gewohnt dann mach ich halt Augen schnell zu so halt ist es doch gar nicht kann ich sie wieder aufmachen? ja, mach halt doch einfach warum kriegst du uns das? wow, die sieht sehr schön aus mhm, und diese Lampe habe ich mitgebracht alle Lampen, die jemals nicht mehr gefallen kommen hierhin ah, okay hm, und das ist meine hey, warum ist die jetzt auf meinem Kopf? hm okay gehen wir jetzt mal an die andere Seite ups gehen wir mal an die andere Seite Mama, kann ich einmal losziehen? okay jeder darf eins ach man ach Kindchen, weißt du ich will auch weißt du, ich sammle die ach man das habe ich schon aber ich nicht das habe ich noch nicht das kriege ich noch oh cool, passend das sieht cool aus dann gib mir das mal her ich tue das in meine Tasche so oh, hier gibt es Essen ähm ja, einmal bitte Pommes wie ich mit Ketchup oh, Mist, deine Haare die waren frisch gewaschen oh, dann ganz toll schmeckt trotzdem und das Geld einmal bitte, ähm Eier Eier äh, mit oder ohne Soße mit Möchten sie noch was? ja, sowas viel Dank, tschüss ja, hieß mh, lecker jetzt könnt ihr kommen ja, gut ich möchte nichts ich gucke hier weiter passt aber auf geh mit niemandem mit hallo, servus hallo will, willst du ja cool was möchtet ihr einmal bitte Pommes ich auch mit oder ohne, 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 okay, was möchtet ihr? ah, Kuchel, bitte was ist ein Kuchel? ja, ein Kuchel was ist ein Kuchel? ah, Kuchel was ist ein Kuchel? Kuchel ah, Kuchel er meint Kuchen ah, okay dich bitte auch mal danke ein paar wieder länger dauert ich möchte noch sowas gut dann stellen wir uns jetzt hier hin Lukas, ist wirklich nichts? mh lecker lecker er ist da hinten nein, jetzt vorne äh, wo jetzt jetzt da jetzt vorne jetzt hier jetzt hier jetzt hier jetzt hier ich bin überfordert Mist aaaaaah hä? Lukas? ja alter wo warst du? ähm warte mal ja, ich kann nicht verschwinden hm das ist glaube ich auch besser so wie ich ähm warte mal dann opard Es wird ja gleich umgebaut, weil es findet gleich eine Party statt. Jeder geht jetzt bitte in einen anderen Raum. Hier darf jetzt auf jeden Fall keiner sein. Jeder kann noch auf den Balkon. Wir gehen zu Papa. Oh mein Gott! Wow! Oh, wow! Cool! Ich wollte schon immer mal auflippen. Oh! Schmeiß eure Tränke einfach auf den Boden! Wuhu! Yeah! Wuhu! Das ist das beste Haus ever! Wuhu! 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 Können wir mal wieder hierher? Ja klar! Stellt das wieder ab! Und dann können wir wieder nach Hause! Das war's mit dem Video! Das war's mit dem Video! Ich hoffe euch hat's gefallen! Und ja, wir würden sagen bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao! Ciao!